Und da sind wir wieder, wir machen jetzt Footdraft, wir haben 15.000 Münzen, ich hoffe, dass wir mal auch jetzt das erste Match gewinnen, weil... Hören wir den, ja... Und da sind wir wieder. Ups, und ich will mich nicht doppelt hören. Footdraft, wir haben 15.000 Münzen. Ausfallsschwierigkeit, okay. Hören wir winken, mehr Münzen. Schön. Moment, ist ja auch Singleplayer, oder? Moment mal. Ich will doch online hier. Lol. Habe ich mich verklickt? Egal. Singleplayer geht das. Ja, ist ja relativ. Hauptsache wir... Halbprofi nehmen wir. So, welche Ausstellung nehmen wir? Hm... Am besten... Halb, sieht auch gut aus. Nehmen wir die. Echt jetzt? Ich glaube, der nimmt mir den Messi. Ich fange aber am besten damit an. Moment mal, ja... Pfff... Obermeyang. Sehr schnell. Packen wir mal rechts... Ach so. Tempo und Dribbling. Nehmen wir Dumbia. Valbuena, oder? Ja doch, Valbuena, oder? Doch, Valbuena, ja. Und Semi, der Kadira, oder? Luis Gustaf, oder? Mach mal den. Den war den. Semi einfach. Mendel? Ja, Semi. Mendel? 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 Gut. Keine Ahnung. Was steht denn daneben dem? Kann ich da zurück? Nee. Der sieht ja aus wie The Rock. Denkt euch mal die Haare weg. Ähm... Nehmen wir einfach... Den nehmen. Boah, die Team-Semi ist ja der letzte Ort, ne? Nehmen wir den hier, den Inform-Spieler, der hat die besseren Werte. Auf jeden Fall. Hm. Den hier. Hallo? Wo ist Schluss? Ja. Nehmen wir den Brasil... Nehmen wir den Brasil... Ja, nein. Ich wollte den Spanier. Hatten wir eigentlich einen. Alter... Nehmen wir... Keine Ahnung. Nehmen einfach... Ich könnte jetzt alle Team vervollständigen, aber... Zunge mal lieber selber aus. Erstortstower... Sieht gut aus. Entfang... Oskar auf jeden Fall. Rechtes... Linkes... Rechtes... Rechtes... Dann nehmen wir doch mal den... Mkh... Mkhitaryan... Können wir den oben in den Sturm mit reinsetzen. Später in Harmonie, die da zumindest... Aber da habe ich auch Messi, verdammt. Ich kann ja die Aufstellung nicht mehr ändern. Oskar auf jeden Fall, den... Mh... ... Agora... ...一 schau auf jeden Fall... der sieht doch schon mal super aus ja und dortmunder dann erst mal den messi ist jetzt egal wir arbeiten ja noch dran so wird das würde natürlich noch besser sein könnten doch den messi eigentlich hier noch draufsetzen geht ja auch noch hat er das verbessert eigentlich oder wir nehmen den scheiße messi bringt hier gar nichts innenverteidiger innenverteidiger können wir das auch so machen ist ein bisschen chaotisch aber naja so machen der würde ja noch besser mit dem harmonien oder bringt mir nix messi und obermeyang die sind richtig schnell irgendetwas vergessen nehmen wir lieber den hier egal wir starten jetzt erst mal keine ahnung nehmen war in ihr stürmer ist natürlich top 3 der ne das ist natürlich unter teammanagement noch die dinge ich glaube nicht ne die aufstellen können okay mir jetzt egal weil wir fangen jetzt an und wir begrüßen sie heute herzlich aus dem berliner olympiastadion ist sie in bayern also ja das ist vieles an lionel ms nicht begeistert immer wieder wie gut der mit seinen kollegen zusammenspielen hier die mitspieler immer wieder einsetzt messi ziehen wir dann so scheißegal die chemie ich würde den behalten und sie wollen in dieser partie mit einem klassischen 442 zum erfolg kommen messi da war keiner verdammt vielleicht ist es sogar gut dass ich aus Versehen auf singleplayer anstatt auf online gegangen bin da sind zwar die gewinne nicht so hoch aber so gut kann ich nicht einschätzen ich habe das singleplayer noch nie gemacht gut teils wäre wenn ich irgendwie mein geld rauskriegen könnte unter und ja voll alter mit jedem anderen werde nicht reingegangen aber mit messi sehr klar egal hauptsache ist wir kommen weiter keine chance gelassen und am ende ist der treffer dann auch nur noch vorne wir schauen kurz auf die uhr sieben muss ein wurf geben und die da geht keiner an messi dran jetzt aber zum kameran ein interesse zeichen haben wir aber auch der erste treffer hat ihn wohlbeflügelt das ist hier schon der zweite jetzt steht es 2 zu 0 das dürfte ihnen ruhe geben einwurf schön gesehen ja geht auch nach unten jetzt haben sie den ball der ball soll zu messi ey seht ihr messi ist einfach overpowered ey das ist mit dem triss ja alles einfach ich will mich nicht beschweren ist ja super aber kann auch langweilig werden wenn er 10.000 tore schießen und das war schon sein drittes tor heute er gewinnt das ding fast im alleingang sie bekommen ihn einfach nicht unter kontrolle der gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute sie überzeugen auf ganzer linie sind aber auch zwei welten online und single planer der ball geht am posten vorbei und nun oscar nun michael oscar messi messi er der dritte er hält sich ja überall vorbei hier der geht retten wir rein ne doch nicht das nervt wenn der wenn die ki so die bälle sich zuspielen die pc 100 prozent computer das war sehr gut klasse täglich ausgleich zum ball nächte gegen menschen die hat mich in die räume zugestellt messi das müssen und wieder drehen und wieder versenkt er den ball im netz heute trifft er einfach alles und die abwehr des gegners findet überhaupt keine mittel ich weiß nicht kriegt jeder den messi bei der ausstellung oder war das drückt auch das ergebnis aus da entscheidet er auf faul es gibt beistoß und gündogan war guter gleich bringt er die ecke rein klar aber der wahl bleibt im spiel eigentlich sollte damit auch messi gehen eigentlich sollte damit auch messi gehen